Alter, der schluckt, der Junge. Ich hab gleich Kuh voll, warte? Okay. Ich hab Kuh, warte? Sag mir, wie ich kann. Hauren. Scharfschützen-Syndrom, ey, den Namen vergisst man, ja pur. Ausgerechnet hab ich keine Energie, obwohl ich kann in... 3 und eh. Jo, der hat gecrittet, alter. Pfff. Ich würd sagen, wir schaffen noch ne Runde, wa? Jo. Seid dem, du wirst schon müde und wirst ins Bett. Ach. Oh, deine Oma kommt wieder. Feiern! Apfel zu Bett! Ey, irgendwann gibt's da raus noch ein Comic oder so und ähnliches, ey. Okay. Pfff. So. Jetzt werd ich aber... Hä? Auf welcher Tast hab ich denn das gelegt? Warte. 2 Goldkisten. 2 Goldkisten. Am besten, man macht irgendwie ein fettes Blinkschild an die Tür. Ich würd ja bitte nicht stören. Aufnahmen getätigt werden. Aber die Leute wird nur als trotzdem nochmal stören. Loll. Ich hatte den Quest abgeschlossen, aber angezeigt wurde mir auch ne gerade, aber hier. Wohl. Hm. Ja. Das hab ich jetzt nicht noch mal irgendwie komisch. So. Also Wasserstraße hab ich jetzt nicht mehr drin. Außer mit der hellen Münze, aber... Warte. Drachentöter. Massenproduktion. Questwiederholung. Normal erwerbte Münze möglich. Quest im Dungeon. Ja. Was für ein Quest. Na dann, let's go. Ach nee, warte. Halt. Okay. Musst du noch Questierst? Jetzt. Warte. Ich will's jetzt machen. Ich will mir noch ein paar Items reinlegen. Ich meine, welchen Dungeon? Äh, Seeschlange. Komm wieder. Ja, ich will mal wissen, was dort für ein Quest offen sein soll. Obwohl halt der, der, der Tiger oder was das darstellen soll, eigentlich mehr Erfahrungspunkte glaub ich bringt. Aber wir müssen es sehen, dass wir den Dungeon in unter 16 Minuten schaffen. Ach. Locker. Ja. Wir haben jetzt mal die Schwierigkeitsstufe an. Experte. Schaffbar ist es auf jeden Fall. Ich hatte nicht das Problem. Wir haben nicht die anderen ein paar ein bisschen überzogen und ab 20 Minuten tut es bei mir einen neuen Part machen. Was da? Ne, das ist mir eine unzählige lange Partsmaterial, die ich dann äh äh behinderterweise ändern muss, dass die überhaupt gehen müsste. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie lange du brauchst für 2 Gigabit hochzuladen? Lange. Lange? Nicht lange. Hm. Ja, ich brauche ca. 2-3 Stunden. Boah. Ich hab das bei mir 30 Minuten gegessen. Obwohl ich eine 32er hab, ey. Das ist ja auch nicht so ganz viel. Ja, doch schon, aber ich glaube der Upload ist nicht so alt zu rauschen. Ein Upload ist... Ah. Ich hab Servergeschwindigkeit, wenn du es so haben willst. Hm. Ich denke 30 Minuten danach ist es gegessen. Download, das schaff ich ja locker. 1 Stunde 9 Gigabyte und noch mehr. Hm. Mh. 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 Wirklich top speed. Auch wenn der andere Server ist mit... ...herstürzt. Eine Geschwindigkeit dann... Oh, eine Stunde. Ja, genau. Ich meine irgendwo ist... Das sind bestimmt 100 Gigabyte doch. YouTube ist an dem Punkt eben der alte Conventor. Also diesen ähm... Basisding. Der war wesentlich... ...schneller irgendwie als die anderen beiden. Also beziehungsweise der hauptsächlich genutzt wird. Wo sie denn dann den äh... ... den Basisdinger geändert haben? Der ging ja dann auch nicht mehr. Weil dem ist lustig, da steht auch immer da... ... 9000 Stunden, soll ich warten? Ich dachte, Oso WTF? Weil der Kumpelstatt zu mal neun Jahre war. Na, er kommt in etwa vielleicht hin. Was? Mit 9000 Stunden. Obwohl, ne, das noch keine neun Jahre. Neun Jahre. Das ist doch ja neun Jahre. Ich weiß. Ich film auch grad so auf. Episch Fail. Würde ich rausradieren aus dem Video. Hm. Das wäre vielleicht gerade lustig, Mensch. Wir lachen da nicht mit dir, sondern über dich. Ach. Man muss sowas als Spaß ansehen. Man muss ja nicht alles ernst machen. Also von daher... Obwohl das mit Mike ist ernst. Ja. Nur Engel kann rechnen. Ich kann deswegen auch rechnen, aber... ... ich hab mich mit den... ... Stunden und... ... Jahren... ... komisch verechnet. Er erregt mich. Er erregt mich. An der Stelle hätte ich dich... ... hätte ich mich gerettet und gesagt, ich hab nicht darüber nachgedacht. Hm. Hm. ... ... ... ... ... der ist im übrigen die ganze zeit im steam online guckt sich solange im shop ein spiel an die außerdem gekauft wurde für ihn ob es die man sagt hör auf auf zu glotzen hier hast du es ja kostet nur eine psave karte ich würde lachen steht an seinem steam konto oben minus 10 euro die leihen ihm doch kein geld doch sofort das ist nichts ok energie kapsel habe ich schon mal die ersten jetzt brauche ich noch mal drei von diesen energie kapsel fragmenten oder was das waren eigentlich bist du zu glücklich gewesen er hatte fast ein jahr schulden bei dir die er nicht getilgt hat und hätte gnadenlos zinsen genommen wieso der wollte ein spiel haben das habe ich dann aber letztendlich doch nie gegeben also von daher zinsen werden doch besser gewesen pro tag bezinst wäre es deine bank hätte dir jetzt ein richtiges platz gemacht das mache ich auch so bei mike in eldswort schon ja ja toll hier gibt es coole mike ist einer meiner top farmer mal ehrlich top farmer naja das hält sich in grenzen aber besser als manche andere die gar nichts mehr gefarmt haben obwohl die haben mich noch nicht mehr bei der skype liste obwohl obwohl es noch hieß ja ich bin der beste wirst du ich mach ihn reich ne also habe ich ja auch ich habe so viel geld ausgegeben und tschüss aber ich überlege ob ich noch ähm zwei click and points äh in 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 die projekte liste jetzt nehme welche depot 1 und depot 2 und möglicherweise hast du depot 1 schon gemacht ne rede nicht und depot 3 auch nicht da werde ich aber dann wahrscheinlich jetzt hab ich schon mal hättest du das zum anfa ne ich hab's mal getestet also ich hab äh testweise mal drauf was gelegt aber äh spielt an sich noch gar nicht ich werde es aber wahrscheinlich jetzt die woche machen weil am 17. oder so kommt ja dann der dritte raus und da kann ich das dann hintereinander machen was ne und das lässt sich auch halt gut hochladen jeden tag äh ein part von ähm obwohl ein part nicht jeden tag zwei parts vom spiel von jeden teil dann gittert schon das ist nicht viel das sind äh bei dem äh höchsten 300 megabyte und die krieg ich schnell hochgeladen 500 auch noch bei in gigabyte wird es dann halt schon ein bisschen kritisch oder wie bei 2 stunden wobei ich ja jetzt äh neuen convender hab und der das relativ besser bearbeitet als der äh alte weil der alter hat ja nur fehler reingejagt wo ich dann wiederum nochmal nachbearbeiten konnte bei 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 youtube weil er immer doppelt so eine doppelte länge hatte und dann alles ohne ton dahinter nochmal war was ich auch komisch fand ich dürfte also durchs neuer format vielleicht auch weniger daumen ich habe mp4 gehabt und das stand ja auch in der liste da was es unterstützt problem ist nur das mp4 hatte irgendwie irgend so der massenbescheuerten defekt dass es das nicht richtig lebt das stand ist auch fast ja die flavours sind die habe ich doch ich dann in dem moment was inch gedrückt ja 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 so einen komischen licht muss noch schwer ich bin nicht ganz habe ich ja auch mit meinen als aber ich habe ja keine leuchtobst auf meinen schank obwohl ich keine bin mal gucken geld genügend habe ich ja bei rein wasser im wasser oh mike da diese menge von gegnern immer noch so viele prozenten die mir fehlen die leute die sagen ja die machen lp bis level 60 oder noch höher kann ich das echt nur abraten ist ja auch nur auf dem markt auch klar dass an sich mir überlegen wir die parts die du dadurch machst wenn du alles hundertprozentig machen wirst und ich bin ich habe bis 54 schon fast 400 parts gemacht was denkst du was dann die level sind ey wenn du so wenig prozente kriegst dauert das ewig bis zusammen hast ging daneben oder nö der hat gesessen ich habe kleine kuh voll also sagt mir bescheid baut noch mittel aber ich glaube die ist unten nee hier bei mir mir fehlen noch 30 40 45 46 ich habe es voll oh nee falsche attacke sorry auch meine anzeige ich habe es nicht aber ich habe es gleich war da komm 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 ich brauche noch 30 knapp ja er kommt 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 voll und ich habe ihn gleich noch mal voll ich könnte noch mal auffüllen um dich zu unterstützen aber ich werde mal was schnell auf 300 voll machen dem dort hinten ist jetzt ein kleiner attacke ich würde sagen klein mal ein licht auf für dich ach brauch ich nicht bei den gegnern nicht mehr ich habe einen kuh soll ich machen nee naja gerade ja guck auch meine anzeige oh oh naja fast voll wo ist sie denn die wollten mich bestimmt erschlagen das war jetzt gemene hochwertige goldkiste erhalten habe ich naja guckt man hier relativ gut yeah goldkiste äh dachte äh ich habe jetzt erstmal gefragt es ist aber sehr krass normale goldkiste oh ich habe zwei goldkisten ich habe dafür als schritte und haufen kleinzeug was man wieder verkaufen wunderbar und wir sehen uns gleich wieder und äh